Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu, ähm, Fliegeln überhaupt, zu Bedfordel. In der letzten Part sind wir in einer Fledermaskung. Hälchen? Und jetzt tun wir die Dorfbewohner, unseren, äh, genau, unseren Ur-Ur-Urgroßvater. Er hat das Spiel da. Äh, der füllt dann. Äh, der füllt dann. Äh, der füllt dann. Kann man nicht irgendwie anders auch noch fliegen? Keine Ahnung. So, und jetzt müssen wir Raum für Raum durchfliegen da. Und dann schauen, wo die Dorfbewohner sind und die dorthin bringen. Das ist unsere Mission. Und der Grund, warum ich das nicht den letzten Part gemacht habe, ist das... Weil es ist halt... Es dauert einfach zu lange. Hallo, Wanderfall. Flieg mal. Äh, durch was bin ich jetzt geflogen? Und ich mag immer halt durch ein oder selber fliegen. Ach, dieser Katze, ne? Und da ist keiner mehr. Glaube ich. Da. Äh, wie geht denn música sein, nicht? Ah ok, da geht es Richtung Garten. Das ist zumindest der einfacher Weg, also einfach daraus ok. Ich bin immer am Weg glaub ich immer geflogen. Da. Die Stangen ist aber mit der Fledernus echt scheiße. Ach so, nur so Verständnis, ich muss ihnen alle bringen. Egal wie gut die Verständnis sind. Deswegen habe ich den letzten Bart nicht gemacht, weil das dauert einfach nicht lang. So, da sind noch ein paar, da sind noch zwei. Da. Oh, das ist so. Ist ja. Da kommt ja. Okay, musst du jetzt durchdrehen. Meine Katze hat jetzt genau ein Vogelhaus. Oh, sieh. So. Man schaut, dass er uns anbringt. So, dann muss ich dann nochmal durchfliegen und schauen, ob das alle da waren. Und das ist das Ekelhafte an der Mission. Da mag ich das nicht so sehr. Und das nächste kommt ist genauso ekelhaft. Der ist schon richtig fett. Sind wir schon fertig? Steck? Oh. Oh. 6 Minuten? So lange? Es ist so kurz, habe ich noch nicht. Fort. Und jetzt kommen die Zombies. Well. Ah. That doesn't happen to you every day. Well. Ah. More zombies. Time for the double-barrel boy. Hopefully for the last time. So. So, aber in welcher Richtung muss ich denn schnell? Das ist zu lange her, das ist scheiße. Ich brauche auf jeden Fall 3 Schlüssel. Muss ein Verständnis, was jetzt passiert. Ups. So lange zum Nahe käme. Erst. Erst trägt doch dann seinen Schädel. Danke. So. Vielleicht macht er das selber, oder? Nein. Da muss ich suchen. Ups. Nein, jetzt kein Update machen, Computer. Ja. Immer. Ja, Bagheera. Das ist nur die Frage, wo genau muss ich jetzt hin? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube einer ist im Garten. Ja, da komme ich nicht hin. Was ist denn? die das was was ich mit dir aus die Wo ist er? Wo? Wo? Ich werde es stark verstehen. Cool. Weg weg. Boah, ich hasse sie so. Das gibt jetzt so sehr. Oh, ich habe es hier. Irgendwo kommen wir als Urfühler. Ja genau da drinnen. Einfach da stehen bleiben. So. Das sind Urfühler. Kann ich nicht alle besügen. Das ist falsch. In der Gerichtung muss ich es. Das ist falsch. In der Gerichtung muss ich es. In der Gerichtung. So, wo ist jetzt der scheiß Schlüssel? Gleich darauf. Ich weiß es gerade nicht. Parkierer bitte. Beruhig dich. Ich weiß nicht. Ja, da sind die Fledermäuser auf jeden Fall. Ja, da sind wir jetzt da. Was sind wir jetzt da? Hä? Hä? Ich kann mich doch nicht das, wo ich jetzt hin muss. Ich kann mich doch nicht das, wo ich jetzt hin muss. Nein! Nein! Ja, wir spawnen immer wieder nach. Es ist egal. Dann schauen wir uns. Dann schauen wir uns. Dann schauen wir uns das dann eh wurscht. Schöner Falsperner. Schöner Falsperner. Schöner Falsperner. Schöner Falsperner. Alter. Na ja, wenn dir eh jemanden nachspawn, ist das eh wurscht. Wo ich dich umbringen dann nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ne? Deswegen ist es gleich das ich hin. Ja, da müssen wir mit der Falle hin. Oh fuck. Alter, das sind scheiß Zombies aber. Ich weiß es, die Fledermaus ist auch da. Aber ich kann mich gerade nicht um alles kümmern. Wir sind runtergeflogen und da ist. Wo ist es? Wie ist es mit dem? Hey, Alter, wir gehen. So. Aber ich habe nur noch eine Schokolade. Das ist ja nicht gut. Ein falscher Schritt. Oder ein Zombie. Und ich bin hier. Dann darf ich das nochmal alle? Er hasst. Ist das ein Scheiß Deck da wirklich? Es. Wir sind hier weg. Wir sind hier weg. Ich weiß es nicht, ob sich das bringt, wenn ich Leute zusammen das umbringen. Es geht mal in der Marschastion nachspawn, oder? Stierp. gut getroffen so einer müssen noch da auslangen aber ich glaube das stört mich eher weniger so wir nicht noch sparen die Vassys das ist ein Archeio Ich hasse es. Ich bin gespannt wie weit ich überhaupt komme. Lass mich in Ruhe. Ich schrieb leise. Ich habe kein Leben verloren. Ich habe keine Scheiße. Ich habe keine Scheiße. Ich habe keine Scheiße. Ja, ich habe keine Scheiße. Ich habe keine Scheiße. Ich habe keine Scheiße. Ich habe keine Scheiße. Ich werde nicht gehen. Weil ich bin unterfalls ein Schlüsselaufrag. Ich weiß es war jetzt gerade nicht so vorsichtig. Ich weiß es war jetzt gerade nicht so vorsichtig. Der erste von drei, ist das vier. So, ich muss es einfach nur reinnehmen. Dann ist der letzte neben dem Ding drin. Ähm... Theoretisch sollten es... Die... Sollten es keiner mehr da sein, keine Zombies. Weil ich habe jetzt... Weil ich habe vorher alle da umgebracht. Also eigentlich... NAH! NAH! Das ist nicht euer Scherzernst, Alter. NAH! Verarsch mich nicht! Ich muss die Fleurmeister da auch noch rumbringen! Genau! Da weiß ich euch, was ich habe. Kss ach das? Das ist noch nicht gut. Now. Aber jetzt haben wir sie nicht mehr nachgespawnt. Wenigstens irgendetwas. Erstmal, ich will wenigstens EINEN Schlüssel holen im Spiel. Wirklich. Gibt's ja nicht. Gibt's. Oh fuck. Spiegel. Gibt's nicht da. Oh fuck. Nein. Kann ich nicht mit der Schatzflinte einfach abschliessen, oder? Ja. 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 Bestimmen wir nachher so auf den Zeiger gehen. Ja. 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 als wäre es ihn genauso schier ich finde es ist überhaupt nicht passend also diesen schloss und so die thematik post aus dem hintergrund kinder laufen jetzt bin ich runtergeflogen jetzt kann ich den ganzen weg nochmal gehen ich habe vielleicht keine Lust mehr ich probiere jetzt auch mit spawnen ok dann ist es egal ob ich die umbringe oder nicht dann ist es scheiße egal ob ich die umbringe oder nicht wir spawnen nach der Zeit und die Fledermäuse ja das ist sie ich kann jetzt nicht wieder den Paar beenden ohne irgendwas erreicht zu haben ich habe ja nicht einmal einen Schlüssel von einem 3 ich habe ja nicht einmal einen Schlüssel von einem 3 es soll ja so tun dass man 3 sammeln muss und nicht nur einen oder das ist schon Arsch genug mit einem irgendwo hin zu kommen aufhören weil er wisst was du stirbst du stirbst und ich mache das das nächste mal weil es ist ja lächerlich dass ich die ganze Zeit das stirb ja dann holen wir uns die 3 Schlüssel an den nächsten Part bis zum nächsten Mal bis bald und tschau bis bald